Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in dem nächsten Rolldown mit mir, wenn gleich aus Gilde Nummer 2 ist Rumble. Ja, gleich. Du musst die Desto-Audio ausmachen. Time. Warum? Warum? Einfach die Desto-Audio ausmachen. Macht doch einen Unterschied. So. Los. Und jetzt geht's los. Derby aus Gilde Nummer 2. Jetzt aber in umgekehrter Sicht. Gilde Nummer 2 wird Gilde Nummer 1. Gilde Nummer 2 gegen Gilde Nummer 1. Du verlierst. Du verlierst. Das sieht extrem übel für Gilde Nummer 2 aus, aber ich bin jetzt mal gespannt, was ich jetzt hier... Oha! Ich glaube, gegen den verlier ich sogar. Vomajay, wenn ich mir überlege, der kam ja zu uns, hat er auch, glaube, Level 10 oder so war gewesen, als er zu uns kam. In Gilde 2 fing er an. Du verlierst mich. Nur wenn es wegen der Schirmtina hat. In Gilde 2 fing er an und jetzt inzwischen Gilde 1 hat sich mega schnell hochgearbeitet, also mega krass. Das ist in Platz 60 gewesen, oder? 99. In Platz 60 gewesen, oder? Wie? Am Anfang. Im ersten Match Gilde 1 meinst du? Ja. Ja, wir sind immer noch irgendwas... Achso, das sieht man jetzt hier nicht. Wir sind immer noch irgendwo Platz 130 oder so. Das ist ja das Matchmaking-Ranking. Wir haben mega viel Pech gehabt in den ersten Matches. Das ist unfassbar. Il-Guru. So, dann schauen wir uns mal den Il-Guru an. Müsst du eigentlich jetzt hier mit dem Roger und mit dem Leon Pettert mit ein bisschen Glück schon reichen. Ja. Und da sieht man eben, was es ausmacht. Wenn da jetzt gleich von vornherein eine mega starke Karte wäre mit vielen Leben, hätte ich echt Probleme. Aber so wird es mit 99 nochmal. So, nächstes Match. Bin mal gespannt, auf wen ich jetzt noch alles treffen werde. Ich hoffe auch nicht. Aus Gilde 1. Deniz 0815. 0815, naja. Deniz 0815. Ja, welch spricht denn das so aus? 0815. Ja, so wird es ausgerufen. Deniz 0815. So meinst du. Ja, und jetzt habe ich natürlich schon das erste Problem. Na, weil... Kann sie wohnen. Ich kann jetzt nicht wohnen hätten und... Und jetzt... Jetzt wird sich... Überlegst du musikst. Ja, 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 ich... Also, dieses... Oh. Ja, ja, Rod Rodriguez is real. Aber ich habe jetzt eine Bombe noch mit hinzu. Und jetzt bin ich durch. Jetzt bin ich durch. Und jetzt sollte das auch funktionieren. Und damit ist dieses... Man kann schon noch da hinten das spielen. Das ist dann jetzt eigentlich scheißegal, was ich mache. Ja. Aber es waren... Also, 15 Punkte habe ich an Dennis verloren. Also, schon ein starkes Deck war das jetzt. Also, beziehungsweise hat er natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Aber es ist gut. Da habe ich die erste Karte, habe ihr Leben gehabt. Und ich konnte nicht First Hitten. Das ist... Amir Palang. Okay. Da sollte meiner Meinung nach wahrscheinlich... Oh, das wird jetzt eng. Das reicht tatsächlich nicht. Also, du kommst da runter, aber du kommst da runter. Ja, ja, aber bei dem habe ich tatsächlich jetzt noch keine zwei Kronen wie in Gilde 1. In Gilde 1 habe ich ja auf meinen Sexualkunde Peter, glaube ich, zwei Kronen. Macht schon unfassbar viel aus. Jetzt erst mal den hier noch gespielt. Du meinst du? Ja, ja. Das ist kein einziges Match. Naja, das werden wir mal sehen. Wie gesagt, wenn ich Pech habe, treffe ich auf jemanden, der mir richtig wehtun wird. Cuddly, ich hoffe. Genau, Cuddly. Und dann habe ich echt ein Problem. So, aber... Komm, uhr, boh, dickt. Cuddly, if you see this video, I hope that you... Hope? Ja, hope. Hope. Britischen Akzent. Ja, solltest du... Also, so spricht passendlich aus. Och, Herrgleich. So, also auf, weiter. Erzähl. That you beat Herrgleich. Ja, selbstverständlich. Das brauchst du nicht zu hoffen. Mit Sicherheit. Michael, mit Sicherheit wird er mich bieten. Äh, schlagen. Bieten. So. Just beat it. Just beat it, beat it, beat it, beat it. Uh! So, hier hätte ich 44. Da hätte ich 42. Also, 44 ist mehr. Und es reicht nicht gegen K-Pop-Video. Da sieht man jetzt auch mal wieder, was auch das hier jetzt ausmacht. Wir treffen gar nicht auf uns, gegenseitig. Das ist ein bisschen schade, ja. Ich würde so gerne sehen, dass du auch nicht treffen kannst. Hm. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen, jetzt versuche ich noch ein bisschen hochzahlen. Aber das würde, jetzt werde ich nicht kommen, weil er vorne schon den Schaden macht. 90, oh mein Gott. Ja, ich habe schon meinen Kampf jetzt hier. Also, du wirst nicht mehr Erster? Nein, das werde ich nicht. Das werde ich nicht. Nein. Fünf Matches habe ich jetzt noch. Oh mein Gott. Enskar! 91! Neben, ja. Brian Level 13. Brian Level 13. What the fuck? Ja, gut, er hat aber jetzt keinen Punch hier. Und... Ich denke, das wird mein Start sein hier, genau. Damit fange ich an und das sollte dann auch funktionieren in der Regel. So, dann werde ich hier noch mit hochheilen. Und... Dann hast du eine glatte 100. Und wird jetzt auch noch hier noch nebenbei mit hochheilen. Das ist keine glatte 100. Nee, eine glatte 100 wird es nicht. 95. Aber immerhin konnte ich was machen. So, jetzt schauen wir mal. Wen nehmen wir uns als nächstes vor aus Gilde 1. Oh, da wird noch weiter gekämpft. So, eat fresh food. Oh, no. Das sehe ich mal. Jetzt mache ich es jetzt erst mal hier und dann gucken wir mal was wohl. Das war, glaube ich, auch ganz gut so gewesen, weil jetzt kann ich nämlich mit der hier erst mal richtig auf Angriff gehen. Und die lebt immer noch krank. So. Dann... Voll... Oh. Voll drauf. Voll drauf. So, eat fresh food. 89. Habe ich auch ganz schön was gekostet, aber egal. 89. Ich habe nur am Anfang. Eat fresh food. Eat was. Ja. So, wen haben wir jetzt? Abdämm. Oh, 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 das wird wehtun. Abdämm, da brauchst du nicht zu sagen, warum nicht Kadli. Abdämm ist, ist, ist momentan eigentlich so zweitstärkste, wenn du so willst, bei uns. Kadli, bitte. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Abdämm, sei lieb zu mir. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier ausgesprochen wird. Da wäre ich mir jetzt, guck mal, ich habe einen scheiß Start. Ich habe wirklich einen scheiß Start gerade. Kein guter Start. Kein guter Start gerade. Was für Karten kommt die Automatik? Ich muss jetzt als allererstes den Bänder loswerden, da vorne. Guck mal, was sind denn das für Karten, die die Automatik da spielt? Ja, aber hat einen vitruvianischen Menschen drin? Okay, jetzt bin ich überrascht. Alles klar. War ich auch überrascht? Oh, anal entstellt. Jetzt muss ich allerdings schnell fertig werden mit diesem Match, weil sonst bin ich nämlich ganz schnell tot. Das ist nicht gut. Denk doch nicht, als würde ich es nicht gewinnen. Ich habe nicht mehr viele Leben. Ich habe echt nicht mehr viele Leben. Ich muss jetzt hier. 24, der macht... Der macht da hinten momentan 0. So, und wo sollen denn jetzt die Punkte herkommen? Wenn wir hier 55... Ich muss den jetzt einmal blocken. Und jetzt habe ich ein Problem. Guck mal, das wird nicht reichen. Das reicht immer noch nicht. So, jetzt muss ich nochmal blocken. Holy shit, das wird eine ganz, ganz beschissene, enge Kiste jetzt hier werden. Oh, jetzt, jetzt, reicht es jetzt? Nein, es reicht immer noch nicht. Leck mich am Arsch. Wie soll ich denn das jetzt noch schaffen? Wie viele Leben habe ich überhaupt noch? 47. 27. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich wusste es. Abdem. Oh Mann, Abdem. Sehr gut, Abdem. Ich freue mich. Ich wusste, als ich den Namen gelesen habe, wusste ich, jetzt geht es mir an den Kragen. Jetzt reißt du mir... Danke, danke, Abdem, danke. Jetzt reißt du mir aber regelrecht die Rosette auf, hier. Oh, Dytronic! Dytronic noch als nächstes hinterher. Yippie, jay, jay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, dann habe ich, jetzt habe ich Glück. Jetzt habe ich Glück, weil jetzt sollte es eigentlich schon reichen. Jetzt ist eine glatte 100 gegen Dytronic, kurz. Das, ja, also, das sollte jetzt eigentlich reichen, ja. Das ist... Wer hätte das gedacht gegen Dytronic? Haben wir keine Glatte 100. Ja, aber 92. Aber Abdem hat mich zerstört. Jetzt bitte. Ey, das kann ja nicht sein, dass keiner von uns auf keinen anderen trifft. Das kann doch nicht wahr sein. Nein! Sonja 82, okay. Komm! Das, ja gut. Warum nicht Kattli? Noch eins verlieren. Herr Gleis soll vier Stück verlieren. Warum? Was bist du denn so ein bösartiger Mensch? Ehrlich. Ich hoffe einfach nur. Du bist so ein bösartiges Wesen. Ich weiß überhaupt nicht, warum du so bösartig sind. Ich bin ein Tiger. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das verdient habe. Herr Gleis, was glaubst du denn? Als ob wir Tiger liebt zurecht? Was wäre das? Oh, ich bin so stolz. Ich bin so happy. Ich habe es jetzt geschafft. Du bist nicht erst, dann lass uns mal gucken, welcher Platz du hast. 91. Welcher Platz du bist gesagt? So, ja, ein Match habe ich jetzt verloren. Du bist jetzt bei 840. Ab dem hat mich... So, jetzt gucken wir mal hier nochmal raus. So, das war ja die anderen, das könnt ihr in einem anderen Video dann sehen. Sweezy, 97, krasser Start, Wahnsinn. Mark V, 93, Marunga, 95, Gabriel D, 91, Zardos, 891, Georgios, 887, Knuckster, 874, Spenisa, 874, Tristan, 863, Andrelo, 853. Dann kommen erst ich mit 837, Player 819, Snorts, X-Strike, Scottie, Pippen, Mark Olof, 500, Anderson, H, Lord Universe, Fanzinho, Beres, Charlene, Outlaw, Deak, Simal, Alberto, Suarez, BBBBB, James, Slim, Chee, Stewie, 808, I3, 5, Quark, Müller, Max, Max, Raffi, Traffi, Smug and Fresh, Fred Deppi, Antonius, Marr, Strawberry, Wanda, Heiler, Pnut, Nuts, Swag, Bobob und Sheriff. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt mir's in die Kommentare, abonniert den Kanal und schreibt es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Wie viel haben wir jetzt hier zum Schluss noch gehabt? 48. Macht's gut, bis dann und tschüss.